oder so stirb eine unglaubliche präzisionskraft wo ist der nächste den hat es erwischt oh Sniper fucking Camper das hier so Munition ist immer gut ist immer gut ist immer gut so hier rein hallo Besuch ist da bin zuhause wer noch wer kennt den Spruch hier schon hallo die töten nein ja so nennt man mich jetzt lassen sie meine familie in Ruhe verspiel ist nichts es wäre so einfach es wäre so einfach behalte ich im Auge jetzt du machst irgendetwas falsches ziel aktualisiert polizeichef ausschalten während jossi überfällt ok mein kollege überfällt eine kolonne und ich schalte dem polizeichef aus hallo was meinst du was er vorhatte Däumchen drehen so erstmal brauchen wir Festland und ein Boot so wir haben hoffentlich steht das Boot noch da Booty Bootylein ah dort hinten haben wir es geparkt perfekt geparkt hinauf ich bin jetzt habe jetzt nen Bug tot erhalten und werde wegen so etwas von meinem Kollegen gerettet Beziehung verbessert weil ich in meinem Boot drinnen stecken geblieben bin echt grandios danke für die Hilfe wäre nicht nötig gewesen bevor sowas nochmal passiert lieber speichern denn man weiß ja nie bei meinem Talent passiert sowas öfter keine Sorge du wirst jetzt keine großen Probleme mit irgendwelchen Gangstern haben denn hier ist so gut wie keiner und ich fahre ja mit dem Boot halb auf dem Land und wer hier steht jetzt wieder wer ach Mensch lasst mich doch in Ruhe wer die verfolgen mich jetzt spiel hallo ganz ruhig es wird alles wieder gut du brauchst nicht zu baggen alles wieder gut du schaffst das schon Diamant ich muss es probieren bleib doch stehen verdammt hallo ich brauche ein Signal komm schon hier wo wo wieso immer dort oben kommt da kein Schwein rauf dann röhre hier irgendwie stimmen wir müssen in direkt ist hier wer ist da jemand oh wer ist da ist da Verdammt! Ja, blablabla, schlechter Zustand. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss schießen! Stirb! Ladehemmungen. Ein cooler Effekt von dem Spiel, aber mitten im Kampf ein bisschen nervig, würde ich mal sagen. Ja, darfst du nachladen, wenn ich nachladen drücke. Ähm, so, mal heilen. So, und jetzt brauchen wir ein Auto. Ja, toll, wenn wir jetzt irgend... Ah, okay. Das Spiel hat mich wieder lieb. Harte raus und... Ab geht die wilde Fahrt zum Polizeichef. Und diesmal erledigen wir ihn. Beinhart! Hartbein! Slaughterhouse. Muss ich mir jetzt irgendwie Gedanken machen? Ja. Okay. Einfach vorbeifahren. Einfach vorbeifahren. Einfach vorbeifahren. wohnen müssen. Jetzt machte ich mal die Flasche... Gut, ja. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Mensch, wo wohnt denn der? Der wohnt ja am anderen Arsch der Welt. Meine Fresse. Zehn Brücken rüber. Der wohnt so weit weg, dass Spiel packt es nicht mehr. Und ganz gechillt. Auf der Autobrücke drüber. Ui. Diamant, 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 Diamant. Man kann es ja noch probieren. Hoffen wir bei den letzten kein Glück hatten. So, aber den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir. Den hole ich mir. Irgendwo bei der Eisenbahnbrücke hier oben. Wohin irgendwo hier müsste es doch sein. Ah, hier drunter. Gutes Versteck. Ah, und von wo kommen wir da jetzt rein? In der Seite. Könnte es sogar klappen. Yes. Dankeschön. Und jetzt zurück zum Auto. Wenn der Polizeichef lebt immer noch. Und wir brauchen irgendwie ziemlich lange für diese eine Mission. Ähm. Auto, 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 auto. Ja, ich weiß, wir haben keine Ausdauer. Wir sind keine Athleten. Kein Athlet. Ah, schon wieder eine Station. Ach, Mensch. Unterstation kommen wir kaum vorbei. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Wo haben wir denn? Äh, hier haben wir mal ganz genau niemanden. Oh. Da, uns sind zwei. Oh, je. Ah. Schnell, 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 zieh, zieh, zieh. Kann doch nicht so schwer sein, so eine Patron aus dem Arm ziehen. So, ganz rück, ganz rück. Ja, mit der Schrubfinder auf die Entfernung. Ist klar. Da ist das erledigt. Eineinhalb vorhin erledigt. Da. Fress das, ihr Schwäne. Hm. Wirkung irgendwie verfehlt. Scheiße, das klingt gut. Autsch. Ich kann mich aufregen. Von wo? Mein Ernsthaft? Oh Gott, stelle ich mich nur, wenn das ist unglaublich. Wow, 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 wow. Du Schwein. Okay, die Waffe ist eindeutig Schrott. Mit der Macht, bitte. Mit der Macht, bitte. Nein. Oh, komm schon. Oh. Der letzte Spielstand. Der letzte Speicherstand ist noch vor dem Buch. Nein. Okay, Notiz an mich öfter speichern. So ein Dreck. So ein Dreck, so ein Dreck. Gibt es hier keine Autospeichern. So ein Ladebildschirm ist sehr lange da, das freut uns nicht. Jetzt mal so nebenbei, die Mücke dürfte tot sein. Und sie Mapẩnisch ist sehr lange da.